Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu der heutigen Abendveranstaltung hier im Auditorium und zu Hause an den Monitoren. Die Stiftung Topografie des Terrors hat für den heutigen Abend gemeinsam mit dem Siedler Verlag eingeladen. Im Zentrum steht ein Buch, das im Frühjahr erschienen ist. Antisemitismus, eine deutsche Geschichte. Von der Aufklärung bis heute. Begrüßen möchte ich sehr herzlich den Autor, Professor Dr. Peter Longerich aus München, außerdem Klaus Hilmbrand aus Berlin, der mit dem Autor ein Podiumsgespräch führen wird. Danach sind wieder Fragen aus dem Publikum möglich, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause schriftlich per E-Mail. Die Adresse wird während der Veranstaltung wiederholt eingeblendet. Für Sie hier im Saal gilt, dass Sie, wenn Sie eine Frage stellen möchten, bitte ans Mikrofon treten, damit Ihr Beitrag im Livestream übertragen werden kann. Auf dem Weg zum Mikrofon müssten Sie bitte die Maske wieder anlegen. Am Mikrofon selbst und auf den Plätzen besteht dagegen keine Maskenpflicht. Meine Damen und Herren, Ende Juli dieses Jahres berichtete der Tagesspiegel über eine Demonstration jüdischer und nichtjüdischer Berlinerinnen und Berliner vor dem Rathaus Neukölln. Die Kundgebung hatte den Titel »Jüdisches Leben ist keine Provokation« und richtete sich gegen judenfeindliche Übergriffe. Der Grund? Im Frühjahr hatte es in Neukölln mehrere antisemitische Aufmärsche gegeben. Immer wieder, das macht dieses Beispiel deutlich, sind wir aktuell mit antisemitischen Einstellungen konfrontiert, die in unserer Gesellschaft verbreitet sind. Und auch mit antisemitischen Terroranschlägen, wie das Attentat von Halle 2019 zeigt, haben wir es wieder zu tun. Daher halten wir von der Stiftung Topografie des Terrors eine Auseinandersetzung mit den historischen wie aktuellen Phänomenen des Antisemitismus und seinen Erscheinungsformen für unbedingt notwendig. Und immer wieder sind wir aufgerufen, auch gegen die damit verbundene Feindseligkeit gegenüber einer vorgeblich fremden Gruppestellung zu beziehen. In der Vergangenheit hat die Stiftung sowohl im Ausstellungs- als auch im Veranstaltungsbereich entsprechende thematische Schwerpunkte gesetzt. Erinnert sei beispielsweise an die zweiteilige Vortragsreihe Antisemitismus in Europa 1879 bis 1945, die die Stiftung zwischen 2013 und 17 gemeinsam mit dem Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität und in Verbindung mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas durchgeführt hat. Heute nun steht das Buch des renommierten Historikers Peter Longerich zur deutschen Geschichte des Antisemitismus im Zentrum. Mein erster Eindruck ist, dass es sich, wie wir das von den Büchern des Autors gewöhnt sind, wieder ausgezeichnet lesen lässt und mit viel Erkenntnis gewinnen. Ich bin sehr gespannt auf das heutige Podiumsgespräch. Ich möchte Ihnen nun kurz den Moderator des Abends vorstellen. Klaus Hilmbrand ist Politologe und leitender Redakteur bei der Taz. Zudem ist der Autor mehrerer Bücher zur NS-Geschichte. Seine Themenschwerpunkte sind Zeitgeschichte und der Nahe Osten. In unserem heutigen Kontext ist hervorzuheben, dass sich Herr Hilmbrand bereits im Rahmen einer Rezension, die in der Taz erschien, mit dem Buch von Peter Longerich ausführlich beschäftigt hat. Herr Hilmbrand, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank und auch von mir herzlich willkommen hier in Berlin in der Topografie des Terrors. Meine Damen und Herren, ich bin gebeten worden, auf ein enges Zeitkorsett zu achten. Das sollte ich vielleicht am Anfang nochmal sagen. Wir haben Zeit bis 20.30 Uhr und keine Viertelsekunde länger. Also da werde ich ein bisschen darauf achten müssen und wenn am Ende zu viele Fragen kommen, dann bitte ich jetzt schon Entschuldigung, wenn wir nicht alle Fragen hier beantworten können, möglicherweise. Ja, Peter Longerich, der hier neben mir sitzt, bekannter Historiker, geboren seit 1955 in Krefeld, bekannt auch vor allen Dingen durch seine Arbeit an der University of London im Director of Research Center for the Holocaust and the 20th Century History, hat auch an der Bundeswehruniversität in München gelehrt und ist der Autor von einer ganzen Reihe inzwischen doch sehr, sehr bekannt gewordener Bücher. Ich beschränke mich hier auf einige wenige Bücher, einige wenige Werke. Davon haben wir nichts gewusst, die Deutschen und die Judenverfolgung erschienen 2006, die mit der Mehr aufgeräumt hat, dass die deutsche Bevölkerung eben keine Ahnung gehabt habe, was mit den Juden während der NS-Zeit und insbesondere ab 1941 passiert ist. Dann die berühmte Biografie von ihm über Heinrich Himmler erschienen 2018, die Goebbels-Biografie von 2010 und schließlich die Hitler-Biografie, die erst vor wenigen Jahren 2015 erschienen ist. Und jetzt eben Antisemitismus, eine deutsche Geschichte von der Aufklärung bis heute erschienen in diesem Jahr. Das ist eine sehr spannende und zugleich eine sehr bedrückende Lektüre. Es geht um die Geschichte des Antisemitismus, beziehungsweise viel besser noch, glaube ich, der Antisemiten in Deutschland seit dem Wechsel vom 18. auf das 19. Jahrhundert bis zum heutigen Tag. Es geht also darum, wie dieser sogenannte Rasse-Antisemitismus entstanden ist, was ihn nährte und warum er so populär wurde, bis hin zum sogenannten sekundären Antisemitismus, der heute um sich greift, bei dem es darum geht, dass man den Staat Israel verunglimpft mit der Begründung, das sei ja ganz schlimm, was da an Menschenrechten passieren würde, an Menschenrechtsverletzungen, aber tatsächlich geht es darum, mal wieder endlich Juden anschwärzen zu dürfen. Es ist ein Quellenbuch mit Hunderten von Verweisen auf das, was geschehen ist, mitsamt einer akribischen Einordnung und es geht um Vorurteile, Ressortiments, Verschwörungsmythen. Wie kann man Ihnen rational auf die Spur kommen? Warum ist dieser Antisemitismus in Deutschland so erfolgreich, gipfelnd im Massenmord, im Nationalsozialismus? Herr Langerich war auch Mitautor des ersten Antisemitismusberichts des Deutschen Bundestags von 2012 und da schließt sich meine erste Frage an Herr Langerich. Es gibt da eine deutliche Diskrepanz. Einerseits ist ein Staatsziel in der Bundesrepublik Deutschland, den Antisemitismus zu bekämpfen, da sind sich auch fast alle Parteien, bis auf eine, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, einig. Andererseits zeitigt dieser Kampf gegen den Antisemitismus bemerkenswert wenige Erfolge. Woran könnte das liegen? Was meinen Sie? Naja, diese Diskrepanz ist mir natürlich auch in den letzten Jahren auch immer starker aufgefallen. Wenn man sich einfach mal anschaut, wie ist denn der Stand des Antisemitismus heute in Deutschland, dann haben wir eigentlich drei Möglichkeiten, ihn zu messen. Es gibt einmal die Umfragen, aber wenn man da genauer hinschaut, dann sieht man, dass sie also nur relativ sporadisch und auch nicht tief genug durchgeführt werden, meistens im Kontext von Rechtsextremismus untersuchen, aber der Antisemitismus selber kommt nicht richtig in den Fokus. Diese Umfragen zeigen übrigens, dass der eher zurückgeht. Die zweite Möglichkeit ist die Kriminalitätsstatistik. Da sehen wir ein ansteigendes Antisemitismus, aber das kann auch darauf zurückzuführen sein, dass man in den letzten Jahren gelernt hat, genauer hinzuschauen, auch durch Initiativen, die aus der Zivilgesellschaft kommen. Und dann haben wir drittens die Beobachtung der Medien, jetzt vor allem der sozialen Medien, wo wir eine explosionsartige Zunahme von antisemitischen Äußerungen sehen, was aber auch wiederum vielleicht einfach nur ein verändertes Kommunikationsverhalten ist. Vielleicht sind die gleichen Sprüche vorher am Stammtisch gefallen. Mit anderen Worten, ich wollte deutlich machen, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wie sich der Antisemitismus entwickelt. Wir haben kein zuverlässiges Messinstrumentarium und das ist wiederum ein Teil dieser Diskrepanz. Wir reden über eine Bekämpfung eines Phänomens als Staatstil, aber wir wissen gar nicht, wie der genau aussieht. Wir wissen vor allen Dingen nicht, wie der Antisemitismus sich in der Gesellschaft verbreitet, wie er unterirdisch immer weiter wuchert von Generation zu Generation. Wir wissen nicht, wie der Schulunterricht über Juden, über Antisemitismus bei den Schülerinnen und Schülern ankommt. Da haben wir jetzt erste Untersuchungen, aber wir tappen da ziemlich im Dunkeln. Und im Grunde genommen ist aber das Hauptproblem, dass wir bei diesem Staatsziel Bekämpfung des Antisemitismus im Grunde genommen einen Mangel an Analyse haben. Was ist eigentlich die Ursache? Und da bin ich nun als Historiker natürlich der Meinung, dass man einfach unterschätzt, wie tief verwurzelt der Antisemitismus in unserer Kultur und Geschichte ist. Und dass er eben sehr eng verbunden ist mit dem, was man als eine Suche nach deutscher Identität bezeichnen könnte. Also der Antisemitismus ist sozusagen die negative Seite eines Prozesses, in dem man um die eigene Identität ringt, sie nicht finden kann und dann aber doch ein Gegenübermein zu finden, das eben ganz anders ist und sozusagen man weiß zwar nicht genau, wie man sein möchte, aber man weiß auf jeden Fall, wie man nicht sein möchte. Diesen Zusammenhang versuche ich in dem Buch eben zu entwickeln über den gesamten Zeitraum. Heldenbrandt, rede ich zu lange, möchten, also ich versuche das über den gesamten Zeitraum, wir müssen auch mal in den Gesprächsmodus herkommen, über diesen Zeitraum zu entwickeln. Man sieht dann verschiedene Epochen, man sieht Unterschiede zwischen diesen Epochen, man sieht aber auch Kontinuitäten. Dann fangen wir da an, wo wir anfangen, nämlich am Anfang. 1793 schrieb der Philosoph Johann Gottlieb Fichte und das Zitat habe ich diesem Buch hier entnommen von Herrn Longerich. Fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger, feindselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen in beständigen Kriege steht und der in manchem fürchterlich schwer auf die Bürger drückt. Es ist das Judentum. Zitat Ende. Herr Longerich, Sie betonen in Ihrem Buch die Rolle des Antisemitismus bei der Nationswertung Deutschlands im 19. Jahrhundert, insbesondere zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Welche Rolle spielte der Antisemitismus dabei dieser Nationswertung und warum eigentlich ausgerechnet die Juden? Also zunächst mal konzentriere ich mich in dem Buch auf den sogenannten modernen Antisemitismus oder die moderne Judenfeindschaft. Das heißt also diejenige Form des Antisemitismus, die sich nicht gegen die Juden als Angehörige einer fremden Religion richtet, sondern als mögliche gleichberechtigte Staatsbürger. Man will diesen Anspruch der Emanzipation der Juden aufhalten und man will diesen Anspruch nicht wahrnehmen. Und im Grunde genommen beginnt die Geschichte des modernen Antisemitismus genau an dem Zeitpunkt, wo aufgeklärte Beamte und Gelehrte anfangen die Frage einer möglichen Emanzipation der Juden auf die Tagesordnung zu bringen und nun formiert sich sofort Widerstand. Und zwar Widerstand bei durchaus, Sie haben das Beispiel Fichte genannt, bei den besten gelehrten Köpfen, die man damals hatte. Und je stärker diese Forderung nun erhoben wird, zunächst von der Aufklärung, dann später auch von den Frühliberalen, desto stärker wird der Widerstand. Man kann sofort sehen, in den 1780er, 1790er Jahren, wie eben dann auch sehr schnell der Ton einer höflichen, gelehrten Debatte verlassen wird und dann wirklich mit Schmutz geworfen wird, sodass zum Teil die preußischen Zensurbehörden eingeschritten sind und die Debatte unterbunden haben, weil sie ihnen zu wild wurde. Also ich versuche eben hier darzustellen, dass es zwei parallele Diskussionen gibt, die miteinander verwoben sind. Das ist einmal die Frage Emanzipation der Juden, Gleichberechtigung der Juden. Wie kann das gehen? Wie können sie gleichberechtigter Staatsbürger werden? Eine Debatte, die 1780 etwa beginnt und die 90 Jahre anhält und erst 1869 oder 1871 eben zur Gleichberechtigung führt. Und während dieser 90 Jahre hat man sich ständig darüber unterhalten, ob die Juden nun sozusagen schon weit genug fortgeschritten sind, dass man ihnen dieses Recht oder jenes Recht geben könnte und in Preußen war die Sache wieder anders als in Bayern oder in Württemberg und in Baden und so weiter. Und parallel dazu haben wir einen zweiten Diskurs, den Diskurs über die deutsche Identität. Zunächst mal einen vor allen Dingen kulturellen Diskurs, also was hält Deutschland als eine Kulturnation zusammen? Was ist eine gemeinsame deutsche Sprache? Was kann die leisten? Braucht man nicht eine Nationalliteratur, ein Nationaltheater? Worauf gründet diese deutsche Identität? Auf gemeinsamer Sprache, auf gemeinsamer Kultur, auf gemeinsamer Abstammung und gerade in diesem Diskurs und natürlich auf dem Christentum auch zum erheblichen Teil, genau in diesem Diskurs werden die Juden ausgeschlossen. Sie sind nicht Teil dieser im Entstehen begriffene Nation, sondern sie sind im Grunde genommen das Negative gegenüber, also diejenigen eben, die so sind, wie man nicht sein will. Warum nun die Juden? Zunächst mal müsste man natürlich auch sehen, dass eine Nationsbildung sich immer gegen ein anderes Volk oder gegen eine, ja gegen ein anderes Volk oder gegen eine andere Nation vollzieht. Natürlich spielt in dem deutschen Fall, spielen die Franzosen eine große Rolle. Also die deutsche Nationalbewegung ist durch und durch antifranzösisch durchdrängt, während des gesamten 19. Jahrhunderts und 20. Jahrhunderts in der ersten Hälfte auch noch. Aber die Juden spielen natürlich in der Wahrnehmung eine Sonderrolle und zwar deswegen, weil sie nicht nur anders sind, fremd sind, so wie die Franzosen oder andere Völker, die man nicht mag, sondern weil sie gleichzeitig in dem eigenen Land ja seit langer Zeit schon anwesend sind, da sind und sozusagen eine Doppelrolle spielen. Sie sind die anderen und sie sind gleichzeitig die Fremden im eigenen Land. Und das ist diese spezielle Doppelrolle auf der einen Seite, die anderen, die noch international miteinander verwoben und verbunden sind, die diese sogenannte jüdische Weltverschwörung bilden, aber gleichzeitig im eigenen Land präsent sind und nun unter dem Druck der Emanzipationsdiskussion sich anfangen, auch an die Verhältnisse anzupassen, zu akkulturieren, wie man heute sagt, was dann wiederum wahrgenommen wird als eine Form von Mimikrie, also eine Form von Täuschung. Die tun so, als wenn sie so seien wie wir, um das mal populär auszudrücken. Aus dieser Doppelrolle ergibt sich eben diese besondere Byzanz des Antisemitismus, weswegen es auch eben schwierig ist, auch in der heutigen Diskussion eben den Antisemitismus ohne weitesten eine Reihe mit anderen Vorurteilen gegen andere Fremde, sage ich mal, oder andere Minderheiten zu stellen, weil es immer um diese spezielle Doppelrolle geht. Würden Sie insoweit gehen, Herr Longerich, zu sagen, dass der Antisemitismus ein konstituierendes Element bei der Nationalgeschichte, bei der Nationswerdung Deutschlands war und ist? Ist es ein Spiegel des deutschen Selbstbildes Antisemitismus? Zählt er sozusagen dazu, zwangsläufig? Naja, natürlich hat diese Nationalbewegung verschiedene Wurzeln, aber bei großen Teilen ist es konstituitiv. Also das heißt, das gilt vor allen Dingen für die, also erstmal in der ersten Phase, für das aufgeklärte Denken, wo einfach traditionelle antijüdische Vorteile aus der Theologie übernommen werden. Das gilt insbesondere aber auch für die Romantik, für den romantischen Nationalismus, also sozusagen, wo man aus einer Art von Gefühlsaufschwung eben sozusagen diese Neuexistenz ableitet. Und das gilt aber auch für die liberale Bewegung, interessanterweise. Die Liberalen haben ja einen Kampf geführt, zumindest äußerlich für die Emanzipation der Juden. Und sie haben sozusagen diese, also die Idee ist sozusagen, wenn wir einen Staat zustande bekommen, in dem sogar die Juden gleichberechtigte Staatsbürger sind, dann haben wir uns gegen die Konservativen, die den christlichen Staat wollen, durchgesetzt. Das ist sozusagen die liberale Parole gewesen. Und man sieht aber sehr deutlich, wenn man sich im Einzelnen führende liberale Denker und Politiker ansieht, dass sie sehr starke innerliche Vorbehalte gegenüber die Gleichberechtigung haben, im Grunde genommen aus rationalen Gründen die Gleichberechtigung befürworten, aber gefühlsmäßig eigentlich ablehnen, weil sie nämlich gleichzeitig auch romantische Nationalisten sind und auch genau die gleiche Grundhaltung haben und im Grunde genommen unter sich sagen, ja eigentlich sind die Juden eben anders als wir. Sie haben eine andere Abstammung, eine andere Kultur, eine andere Lebensweise und deswegen muss man diesen Prozess zumindest verlangsamen, wenn man ihn vielleicht so verlangsamt, dass man ihn am Schluss ganz unmöglich macht. Also auch die Liberalen haben da eine sehr ambivalente Einstellung gehabt. Man muss sich eben diese verschiedenen, ich kann auch sozusagen ein deutscher Patriot sein, ohne Antisemit sein zu müssen, das gilt natürlich auch. Aber es gilt für große Teile der historischen nationalen Bewegung, gilt eben, dass der Antisemitismus eine tatsächlich konstitutionelle Rolle spielt. Aber wenn wir jetzt ans 18. Jahrhundert denken, gut, da kann man argumentieren, dass jüdische Menschen tatsächlich noch zum Beispiel an ihrer Kleidung kenntlich waren oder vielleicht an ihrer Sprache im 18. Jahrhundert, dass sie sich in gewisser Weise unterschieden von nichtjüdischen Deutschen, also von Christen, von Katholiken oder von Protestanten. Aber bei der Reichseinigung 1871 war das ja längst überwunden. Die jüdische Minderheit in Deutschland sah genauso aus wie alle anderen Menschen auch, die sprach genauso deutsch wie alle anderen Deutschen auch. Von daher hat man sich dieses Unterscheidungsmerkmal ja erübrigt. Da gab es keinen Unterschied mehr. Trotzdem wurde dieser Unterschied weiter postuliert und von den Antisemiten aber mit Erfolg. Ja, und sie hatten in der Weihnachtszeit einen Weihnachtsbaum in ihren Häusern und in ihren Wohnungen und sagten eben, sie seien, so wie die große jüdische Organisation hieß, sie seien eben deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens. Und das sei das einzige Unterscheidungskriterium. Aber diese Argumentation geht ja davon aus, dass man dem Antisemitismus auf rationale Weise beikommen kann. Und das kann man eben nicht. Das heißt, je mehr sich gerade das jüdische Bürgertum etwa hier in Berlin akkulturiert hat und sozusagen die Lebensweise der sie umgebenden Bevölkerung angenommen hat, hinzu kam ja auch eine, genauso wie im übrigen Bürgertum, eine Loslösung von der Religion und ähnliches mehr. Je mehr dieser Prozess voranscht, desto mehr wurde eben auf der Gegenseite argumentiert, ja, das ist eben ein äußerlicher Anpassungsprozess. Die tarnen sich. Die haben nach wie vor die gleiche betrügerische Wirtschaftsmentalität. Die haben diesen internationalen Verbindungen, von denen man nicht genau weiß, wie sie aussehen. Sie bevorzugen den Kontakt mit anderen Juden, machen irgendwelche Geschäfte untereinander und so weiter und so weiter und so weiter. Und je mehr sozusagen dieser Anpassungsprozess oder dieser Akkulturationsprozess voranschritt, desto schärfer wird der Widerstand auf der antisemitischen Seite, weil ein Antisemit im Prinzip hat ein Feindbild und er ist nicht mit rationalen Argumenten davon zu überzeugen, dass ein Feindbild irrig ist, sondern er wird im Gegenteil seine Argumentation oder den Eindruck dieser Entwicklung noch verstärken und verschärfen. Ja, Herr Longerich, aber das ist alles richtig, aber wie kommt es dann dazu, dass der Antisemitismus, dass diese Bewegung der Antisemiten im 19. Jahrhundert so erfolgreich gerade in Deutschland werden konnte? Lag es daran, weil die regierenden Schichten selbst antisemitische Neigungen durchaus hatten, lag es daran, dass er zu wenig bekämpft worden ist damals, dass man ihn nicht ernst genommen hat oder war er immer noch Teil der nationalen Bewegung, dem man damit auch eine gewisse Anerkennung gegeben hat? Ja, man muss natürlich hier zunächst mal vorsichtig sein. Ich meine, die radikale antisemitische Bewegung, also diejenigen, die wirklich die Emanzipation der Juden wieder rückgängig machen wollte, erst sie bekämpft hat und dann als sie eingetreten war, sie rückgängig machen wollte, das war natürlich eine relativ kleine fanatische Minderheit. Aber es gibt darüber hinaus eben diese diffusen Vorurteile in der Gesellschaft, also ich denke, dass im Kaiserreich man ohne weiteres sagen kann, dass vermutlich bei einer Mehrheit der Bevölkerung eine diffuse Ablehnung und Distanz gegenüber Juden vorhanden war. Das wurzelte zum Teil noch in religiösen Vorurteilen, aber natürlich war diese Argumentation der Antisemiten, dass die Juden in dieser deutschen Nation irgendwie ein Fremdkörper sind, dass sie irgendwie anders sind, dass sie nicht richtig dazugehörten. Das waren natürlich Argumente, die durchaus über diesen Kreis der radikalen Antisemiten hinaus verfingen. Man muss eben sehen, dass diese deutsche nationale Identität eben in einem sehr starken Maße auf diesen Faktoren Abstammung, gemeinsame Geschichte, Kultur, Sprache beruht und nicht etwa, um das radikale Gegenbeispiel zu nehmen, in den Vereinigten Staaten, wo es eigentlich in der Geschichte im 19. Jahrhundert keine großen Probleme mit Antisemitismus gegeben hat, weil die Verfassung auf Werten beruht und wer dieser Verfassung sich unterordnet und Amerikaner sein möchte, der ist herzlich eingeladen, teilzunehmen, soweit er die weiße Hautfarbe natürlich hatte damals, das ist klar. Aber es gibt eben diese Gemengelage von radikalen Antisemiten und diesen Weitverbrauchern, Vorurteilen und der radikale Antisemitismus, die Argumente, die sind eben anschlussfähig bei dieser Mehrheit. Übrigens, soweit das Kaiserreich angeht, würde ich argumentieren, dass natürlich es gab antisemitische Parteien, die eigentlich nicht sehr erfolgreich waren, es gab Massenorganisationen, die den Antisemitismus bedienten, es gehörte auch im Bürgertum zum guten Ton antisemitisch zu sein, antisemitische Witze zu machen und so weiter. Trotzdem würde ich aber auch Bedingungen des Kaiserreichs, der Antisemitismus strukturell nicht durchsetzungsfähig war, weil die konservativen Eliten, die diesen Staat beherrschten, im Grunde genommen 1871 mit den Liberalen einen Gründungskompromiss geschlossen hatten und die Emanzipation war Teil dieses Gründungskompromisses. Und hinter dieser Linie wollten sie nicht zurückgehen, sie wollten nicht einmal gegebene Grundrechte wieder zurücknehmen und sie wollten auch nicht ihre jüdischen Bankiers, ihre jüdischen Ärzte, ihre jüdischen Anwälte sozusagen loswerden, sondern sie hatten sich längst an diese Gemeinschaft gewöhnt. Also insofern denke ich, dass es eben doch ganz dramatischer Einschnitte und Ereignisse bedarf, um dann zu erklären, wie nach dem Ende des Kaiserreichs diese Ideologie tatsächlich sich weiter durchsetzen konnte und letzten Endes zu einer Staatsideologie werden konnte. Dann schließen wir doch gleich an. Der Antisemitismus war bis zum Ersten Weltkrieg eine Bewegung, die die staatliche Ordnung prinzipiell unterstützt hat, also mit dem Kaiserreich einverstanden war. Und das änderte sich nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Revolution in Deutschland radikal. Nun war Antisemitismus, nun waren die Antisemiten gegen diesen Staat, den sie als in Anführungszeichen Judenrepublik verunglimpften und wollten ihn zerstören und entweder zurückkehren zum alten Kaiserreich oder wie etwa die Nationalsozialisten zu etwas ganz Neuem. Gab es darüber hinaus bei den Antisemiten einen gemeinsamen politischen Nenner für die Antisemiten oder war das tatsächlich so divers? Die einen wollten das Kaiserreich haben, antisemitisch konnotiert, mit einer entsprechenden Unterdrückung oder Diskriminierung der Juden, die anderen wollten eine Diktatur mit einem Führer an der Spitze oder kann man da gemeinsame Entwicklungslinien verfolgen? Ja, wenn man jetzt versucht, die Radikalisierung des Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert zu erklären, dann würden viele meiner Historiker-Kollegen argumentieren, es handelt sich um ein Krisenphänomen. Also immer dann, wenn wirtschaftliche oder politische Krisen ausbrechen, dann steigt der Antisemitismus an. Da spielt natürlich der Erste Weltkrieg dann eine große Rolle, die Inflationszeit, die Weltwirtschaftskrise und so weiter. Mir greift diese Argumentation ganz ehrlich gesagt zu kurz. Ich glaube, dass es sich nicht um ein Krisenphänomen handelt, sondern dass es sich um eine Frage der nationalen Identität tatsächlich handelt. Und hier haben wir nach dem Ende des Ersten Weltkrieges das Problem, dass die alten Grundlagen des deutschen Nationalismus mit dem Kaiserreich zerfallen sind. Also diese kleindeutsche, bismarckische Lösung, das hat sich als Modell, als... ...und von der Notwendigkeit, das Volkstum zu stärken. Das ging also weit ins bürgerliche Milieu, auch in die Sozialdemokratie hinein. Die Volksgemeinschaft durchaus wurde propagiert, nicht nur von den Nazis, sondern weit vorher in der Weimarer Republik, sogar von Sozialdemokraten. Ja, also Volksgemeinschaft war das zentrale Schlagwort der Liberalen, der Linkliberalen zum Beispiel. Die Volkshochschule kommt aus dieser Zeit. Alle Parteien führen das Wort Volk in ihrem Namen. Und so weiter. Also das hatte eine große Konjunktur. Diese Idee, wir müssen uns sozusagen neu erfinden. Ja, und was nehmen wir da? Da nehmen wir natürlich unsere ältere Geschichte, die gemeinsame Abstimmung, die Kultur, die Sprache und versuchen, das neu zu beleben. Ein weiterer wichtiger Punkt hier ist natürlich, dass in dieser Zeit, also von 18 bis 23, das staatliche Gewaltmonopol praktisch ausgesetzt war. Und wir erleben eine Welle von antisemitischer Gewalt. Das ist neu. Im Kaiserreich sind solche antijüdischen Revolten immer im Keim bestickt worden. Und nun war der Staat nicht in der Lage, das zu kontrollieren. Und man gewöhnte sich daran, dass man sozusagen Straßengewalt gegen Juden anwenden konnte. Juden zurückdrängen konnte und aus der Öffentlichkeit verdrängen konnte. Ein dritter wichtiger Punkt ist eben, das haben Sie erwähnt, dass nun dieser Antisemitismus nicht mehr eine Ideologie ist, die im Prinzip noch systemkonform ist, sondern dass sie systemfeindlich ist. Also das heißt, es ist sozusagen die Gegnerschaft gegenüber Juden, ist das, was die gesamte Rechte einigt, gegen die Judenrepublik, wie Sie richtig gesagt haben. Und das sind so diese drei Kriterien, die sich im Wesentlichen verändern. Und das Wichtige ist jetzt, dass das Kriterium Nummer eins, nämlich diese Volkstumsüberlegungen, dass dort eben sich zeigt, dass die bis weit in die Mitte und auch bis in die Sozialdemokratie hinein anschlussfähig sind. Das heißt, dieser bisher völkische Diskurs, dass man sagte, ein Jude kann aufgrund seiner Abstammung, einer anderen Abstammung, seiner anderen Kultur, einfach nicht Deutscher sein, das war nun eine Überzeugung, die fand einen breiteren Widerhall, weil man sagte, ja, wir haben natürlich nichts gegen Juden, wir sollen ja auch hier bei uns gleichberechtigt leben, aber im Grunde genommen ist an dieser Argumentation was dran, sie sind doch irgendwie anders als wir. Es ist immer ein Abgrenzungsprozess, der auch auf der jüdischen Seite durchaus Widerhall fand und man sich nun schwer enttäuscht darüber, dass man eben doch nicht sozusagen als deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens wahrgenommen wurde, die auch dazu führte, dass eine gewisse Besinnung auf das eigentlich Jüdische stattfand, also das, was man als jüdische Renaissance in der Weimarer Republik bezeichnet, dass man sich eben nicht nur vorbehaltlos sozusagen an die deutsche Kultur akkulturiert, sondern dass man durchaus auch stärker noch ein gewisses jüdisches Eigenleben bewahren müsste und kann man also in der Weimarer Zeit sehr gut diesen allmählichen Abstoßungsprozess beobachten. Herr Longrecht, gibt es denn eigentlich Statistiken, mir sind keine bekannt, wie antisemitisch die Menschen in der Weimarer Republik, die Deutschen damals geprägt waren, gibt es da Vermutungen, also begründete Vermutungen mehr über wilde Thesen hinaus? Ja, wie wollen Sie das machen? Also es gab keine Meinungsumfragen. Sie können im Grunde genommen so vorgehen, dass Sie sich Organisationen ansehen, also welche Organisationen haben einen ARIA-Paragraf und wie groß sind diese Organisationen? Und dann sehen Sie, dass auf der gesamten politischen, sagen wir mal im konservativen Spektrum oder im nationalliberalen Spektrum in dieser Zeit in vielen Organisationen dieser ARIA-Paragraf durchsetzt. Also dass die Beschlüsse fassen oder zumindestens doch die Diskussion führen, können eigentlich Juden bei uns Mitglied sein. Das gilt etwa für die großen Touristenorganisationen, also den Deutschen Alpenverein etwa, das gilt für zahlreiche lokale Verbände, das gilt für Veteranenorganisationen, also für den Stahlhemd zum Beispiel mit einem riesigen, mit einer millionenfachen Mitgliederschaft am Schluss der Republik. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo Sie sehen können, diese Ideen sind auf dem Vormarsch. In anderen Organisationen sind zumindest solche Diskussionen geführt worden, zum Beispiel im ADAC. Jüdische Autofahrer können nicht neben deutschen Autofahrern Mitglieder sein, das ist allerdings abgelehnt worden, nur auf örtlicher Ebene zugelassen worden. Das ist eine Möglichkeit. Nein, zum anderen, ein zweites Kriterium wäre, dass man sich eben anschaut, die Wahlergebnisse von Parteien. Und eine dritte Möglichkeit wäre ganz einfach, dass man im großen Umfang sich Texte anschaut, also dass man sieht, ob, sagen wir mal, Massenmedien ihre Antisemitische Tendenz in dieser Zeit verschärfen. Eine weitere Möglichkeit, die ich in dem Buch erprobt habe, ist, dass man sich mal führende Rechtsintellektuelle anschaut, also das würde zu der Kategorie Texte gehört, und dann sieht, ob sie ihre Argumentation im Laufe der Jahre verändern. Und das haben sie tatsächlich getan. Und wenn man diese Kriterien zusammennimmt, die ich jetzt genannt habe, dann sieht man interessanterweise, dass gerade in den sogenannten stabilen Jahren der Weimarer Republik, also das ist diese Stabilitätsphase nach der Beendigung der Inflation und vor dem Beginn der Wirtschaftskrise, also 24 bis 29, dass der Antisemitismus ausgreift in der Gesellschaft. Es ist also nicht so, dass es sich übrigens ein weiteres Kriterium wäre, wäre natürlich die Beobachtungen, die die jüdischen Organisationen selbst gemacht haben. Also die haben sehr aufmerksam natürlich diese Vorkommnisse sich angesehen. Sie haben auch versucht, richtig dagegen vorzugehen. Auch hier hat man letzten Endes dann auch Zahlen, die man erheben kann und die man auswerten kann. Aber es zeigt sich eben, dass unabhängig von dem krisenhaften Verlauf der Weimarer Zeit, gerade in diesen stabilen Jahren, die Antisemiten auf dem Vormarsch sind. Was mich eben dazu führt, dass die eben zu der Kernthese zurückfährt, ich will sie nochmal hier anbringen, dass es eben sich nicht um ein Krisenphänomen handelt, sondern dass es sich um ein essentielles Problem handelt, nämlich um eine Verbindung von Suche nach nationaler Identität und der Ablehnung des Jüdischen. Andererseits schreiben Sie, dass die Nazis in der Weimarer Republik, also tatsächlich ihnen noch darum gehen musste, auch Stimmen zu fangen in der Bevölkerung, zeitweise ihre antisemitische Propaganda nur gebremst verbannt haben, weil sie befürchtet haben, dass sie damit in weiten Teilen der Bevölkerung nicht so richtig ankommen. Wobei es ist ja unstrittig, dass der Antisemitismus ein tragendes Element der NS-Ideologie gewesen ist. Wie erklärt sich das? Naja, das erklärt sich dann, wenn ich eben die Nationalsozialisten sozusagen als Teil einer fundamentalen antisemitischen Bewegung sehe. Also wir haben eine Bewegung, die in den 1870er Jahren antritt, mit dem Ziel, die Emanzipation der Juden rückgängig zu machen. Und tatsächlich in der letzten Phase, also in den frühen 30er Jahren, übernehmen die Nationalsozialisten in diesem Lager die dominierende Stellung. Also sie sind jetzt die entscheidende Kraft, die genau diese alten Träume der Antisemiten wahr werden lassen wollen. Aber wir haben es hier eben mit diesen Radikal-Antisemiten zu tun, die also wirklich glauben, dass sie eine grundlegende Verbesserung der Verhältnisse im Lande erreichen können, wenn sie energisch gegen die Juden vorgehen, wenn sie ihre Rechte wegnehmen, wenn sie sie aus dem Lande vertreiben. Und das ist eine Auffassung, die bei einer wachsenden Minderheit Widerhalt fand, aber nicht bei einer Mehrheit in der Gesellschaft. Die Mehrheitsgesellschaft ist immer noch nach wie vor eher diffus, was diese Fragen anbelangt. Sie hat auch kein besonders großes Interesse an Juden. Es interessiert sie im Grunde genommen nicht, aber sie haben auch keine radikalen Vorstellung, was mit ihnen passieren soll. Sie glauben auch nicht daran, dass die Gesellschaft grundsätzlich gesunden soll, wenn man gesunden sollte, wenn man sozusagen die Juden aus ihren Positionen verdrängt. Und deswegen kann man aus dem Verhalten der NSDAP, aus ihrer Propaganda in den frühen 30er Jahren die Schlussfolgerung ziehen, dass die Nationalsozialisten selbst die Zahl der radikalen Antisemiten für geringer hielt, als die Zahl ihrer potenziellen Wähler. Also das heißt, diese 37 Prozent, die sie dann 1932 auf dem Höhepunkt erreichten, darunter waren auch viele Wähler, die die NSDAP nicht primär wegen ihres Antisemitismus wählten, die aber in Kauf nahmen, dass diese Partei durchaus antisemitische Parolen verbreitete und zeitweilig hat ja die Partei eben, wie Sie sagten, auch diese Parolen etwas zurückgefahren. Sie hat sie sozusagen so präsentiert, dass sie für den radikalen Antisemiten gut sichtbar waren, also etwa in symbolischer Form. Das Symbol der Schlange spielt zum Beispiel eine große Rolle in der Endphase der Weimerepublik, bei den Plakaten der Nationalsozialisten. Das war aber für einen nicht in der Wolle gefärbten Antisemiten relativ bedeutungslos. Der konnte das übersehen, der konnte damit leben. So versuche ich das zu erklären. Danke. Die furchtbare Spitze des Antisemitismusbildes, zweifellos der Holocaust mit dem Massenmord an den Juden von Deutschland ausgehend. Es gab schon im 19. Jahrhundert durchaus Gewaltfantasien, auch gegen Juden. Das finden Sie auch im Buch von Peter Longerich sehr eindrücklich beschrieben. Aber kann man, wenn wir die Entwicklung des Antisemitismus betrachten, war das im 19. Jahrhundert angelegt? Ich denke doch nicht. Das war eine Entwicklung, die sich sehr viel später eingesetzt hat, dass man sich tatsächlich vorstellte und befürwortete, Menschen tatsächlich umzubringen, zu vernichten, zu ermorden in diesem Stile. Nein, also diese äußerste radikale Konsequenz des Antisemitismus, wenn ich das so sagen darf, die war eigentlich nicht verbreitet. Also es gibt in der Tat einige, eine ganze Reihe von ziemlich schauerlichen Beispielen, von Fantasien, die aber meistens dann wieder zurückgerufen wurden. Also nach dem Motto, wir wollen doch nicht etwa das, wie im Mittelalter Juden in Spanien verbrannt wurden. Wir wollen doch nicht, oder wie heißt es bei Fichte, im Grunde genommen müsste man doch, das aber als Metapher gemeint, den Juden die Köpfe abschneiden, damit wir das Jüdische aus ihnen austreiben. Er wollte ihnen aber nicht die Köpfe abschneiden, er wollte ihnen sogar die Menschenrechte, aber nicht die Bürgerrechte zubilligen. Aber interessant ist ja doch, dass es offensichtlich bei vielen, gerade bei diesen Intellektuellen, bereits im 19. Jahrhundert, auch im späten 18. Jahrhundert, wenn sie über diese Judenfrage nachdenken, dass da Gewaltfantasien ausgelöst werden. Also sie waren nicht sozusagen gefeit gegen solche Gedanken und dann werden sie wieder unterdrückt, weil das gehört sich halt nicht, das macht man nicht. Wir wissen aber nun, dass wenn sie in einer Gesellschaft auch die moralischen Stellschrauben verändern und plötzlich Dinge nicht mehr verfolgt werden, die normalerweise als Verbrechen gelten, dass dann auch eine gewisse Tendenz da ist, sich an diese neuen moralischen Standards sehr schnell zu gewöhnen. Also wenn der Staat plötzlich solche Gewaltfantasien nicht verbietet, sondern sie selber in Massenmedien verbreitet und wenn die Sprache gegenüber Juden immer schärfer wird und auch die Maßnahmen, die dadurch ergriffen werden, immer schärfer werden, dann setzt ein Prozess der moralischen Verschiebung ein und das, was sozusagen früher nur angedacht wurde, das ist plötzlich machbar, das ist vorstellbar. Und ich würde aber genau wie Sie eben nicht davon reden, dass sozusagen der Holocaust, also die massenhafte Ermorgung der Juden, dass das sozusagen im 19. Jahrhundert angelegt gewesen ist. Ich würde eben viel stärker betonen, dass wenn man diese Entwicklung erklären will, man vor allen Dingen sich die Weimarer Republik ansehen muss, diese Ausbreitung des Antisemitismus mit wieder neu ist. Was passiert, wenn eine antisemitische Bewegung diese Fantasien, die sie mit sich trägt, plötzlich in der Lage ist, diese Fantasien mit Hilfe eines Staatsapparates umzusetzen? Dann kommt es zu einem Prozess einer Selbstdynamik. Das heißt, diese Bewegung verspricht, sie kann die Probleme des Landes lösen, indem sie die Juden schrittweise zurückdrängt. Und wenn sich diese Prophezeiung nicht als erfolgreich erweist, dann muss sie noch radikaler vorgehen und noch den nächsten Schritt tun, den nächsten Schritt und dann werden Organisationen geschaffen, Spezialisten werden angestellt, es gibt Karrieren für antijüdische Spezialisten. Jedes Ministerium hat ein Judenreferat. Also es kommt ein Prozess in Gange, wo sozusagen der Staat, der Staatsapparat insgesamt, behauptet die Partei und der Staat zusammen sozusagen eine Bewegung auslösen, die dann nicht mehr im Zuge eines Krieges praktisch nicht mehr abzustoppen ist, wenn sich nicht dieser Nationalsozialismus selber von seinen eigenen Grundsätzen verabschieden wollte. Und es gab selbstverständlich keinen Plan der Nazis, alle Juden Europas umzubringen, sondern das entwickelte sich, das radikalisierte sich mit den Jahren des NS-Regimes immer weiter. Aber wenn wir nochmal zurückgehen auf die Weimarer Zeit, wir haben kurz über das Völkische gesprochen, über die Volksbewegungen, darüber, dass bei den demokratischeren Parteien eine rationale Reform von Politik zu finden, sondern immer wieder an diesen Nationalgedanken des einigen Volkes, das möglicherweise natürlich aus einer Gruppe von gleichen Menschen bestehen sollte, nach der Vorstellung von Nationalisten. War das ein Fehler? Hat das dazu geführt, dass die Nazis leichter an die Macht kommen konnten, dass es diesen Grundkonsens gab, das Volk ist etwas unglaublich Gutes in eine kohärente Gruppe, die zusammengehören würde? Ja, das ist die These, die ich in dem Buch vertrete. Ich habe da Beispiele genannt, also zum Beispiel die Unterrichtslinien an den preußischen Gymnasien, die neu entwickelt werden, wobei man wissen muss, dass die preußische Regierung eine demokratische Regierung war, in dem die Sozialdemokraten eine führende Rolle spielten. Und in diesen Unterrichtslinien wird eben ganz eindeutig gesagt, dass man die Bedeutung des Deutschen insgesamt, nicht nur im Deutschunterricht, sondern in vielen Fächern stärker betonen müsste, dass man den Schülern ein Gefühl des Seins vermitteln müsste, dass man insbesondere auch die germanischen Wurzeln stärker betonen müsste. Und wenn Sie das lesen, diese Richtlinien, dann fragt man sich natürlich, wie wird ein jüdischer Schüler wohl, was wird der wohl gedacht, dann, wenn er diese Richtlinien gelesen hat? Denn es ist im Grunde genommen klar, dass er nicht dazugehört. Das wird zwar nicht explizit gesagt, aber das ist eigentlich die Schlussfolgerung, die man aus diesem Papier ziehen muss. Es wird hier ein Unterricht gemacht, bei dem der deutsche Nationalstolz gestärkt werden soll, auf einer Grundlage, die eigentlich Juden ausschließt. Und so etwas kann man in vielen Bereichen finden, dass eben Volkstum heißt, ein Volkstum ohne Juden. Und das ist eben, wenn Sie sagen, das ist ein Fehler gewesen, naja, das war die Grundeinstellung, die damals vorherrschte. Es war eine, Sie müssen sich vorstellen, eine Gesellschaft, die auf der Suche nach einer Kompassrichtung war, im Grunde genommen verzweifelt auf der Suche nach einer Kompassrichtung war. Und da schien nun diese Volkstumsideologie ganz hervorragende Möglichkeiten zu bieten. Denken Sie auch mal an die außenpolitische Lage. Also wenn ich sozusagen Europa ethnisch definiere und nicht mehr sozusagen als ein Konzert von großen Mächten, von großen Imperien, sondern wenn ich es ethnisch definiere, volkstumsmäßig, dann ergibt sich ja für die Weimarer Republik ganz andere Perspektiven. Es gibt überall volksdeutsche Minderheiten in Südosteuropa, in Polen, die kann man mobilisieren, man kann die Rolle eines Beschützers dieser Minderheiten spielen, man kann im Grunde genommen den großdeutschen Gedanken wieder, das war ja in der Weimarer Zeit, war das ja vorherrschend, den großdeutschen Gedanken nun wieder in den Vordergrund stellen, also Anschluss Österreichs, Anschluss der legitimerweise dann auch zu diesem neuen Reich gehörenden sudetendeutschen Gebiete. Also das sind ja ganz großartige Perspektiven, die sich da auftun und in diese Richtung bewegte sich eben der Mainstream in der Weimarer Zeit unter Entkaufnahme, dass eben, wenn man dieses Volkstum betont und diesen ethnischen Zusammenhang betont, dass man damit natürlich auch in gewisser Weise die Völkischen mit im Boot hat, die im Grunde genommen in etwas radikalere Form von den gleichen Prämissen ausgingen. Heißt ein Volk umringt, eine Nation umringt von äußeren Feinden, sei es Polen, sei es Frankreich, sei es Großbritannien und mit einem furchtbar bösartigen inneren Feind, nämlich der jüdischen Minderheit? So weit würde ich das jetzt, so weit würde ich nicht gehen. Also wenn Sie sich die Aussagen, sagen wir mal, aus der gemäßigten Rechten, also etwa aus der deutschen Volkspartei und aus diesem Bereich ansehen, dann wird das nicht offen thematisiert. Also die deutsche Volkspartei, die Partei Stresemanns, die hat den Antisemitismus nicht, die waren natürlich untereinander, herrscht da ein antisemitischer Grundkonsens, das können Sie auch an den Briefen, an den Schriften der führenden Politiker der DVP sehen, aber das hat man nicht nach außen hinaus besaugt. Aber es ist im Grunde genommen natürlich die Konsequenz, wenn ich eine Politik mache, die auf die großdeutsche, letztendlich auf die großdeutsche Karte setzt und hofft, auf diese Weise sozusagen ein neues, größeres Deutschland zu schaffen, dann hat das Konsequenzen für die jüdische Minderheit. Wenn man nämlich auf die ethnischen Grundlagen setzt, auf die Abstammung setzt, als gemeinsame Glieder, dann muss das Konsequenzen für die jüdische Minderheit haben und die hat man mit dieser Politik in Kauf genommen. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung noch mal zurück zum, oder nach vorne, zeitlich betrachtet, zum Nationalsozialismus. Der Widerstand gegen Antisemitismus, Verunglimpfung, Ausgrenzung und den Massenmord im Nationalsozialismus, den gab es in Deutschland, aber er war halt doch gering, zum Teil nur verschwindend gering. War das Folge der drakonischen Strafandrohung oder hat das auch etwas zu tun mit einer inneren Zustimmung zum Antisemitismus und zur Rassepolitik der Nazis? Sie haben ja nicht nur dieses eine Buch geschrieben, sondern kennen sich in diesem Bereich auch aus anderen Veröffentlichungen hervorragend außer Longerisch. Ja, also wie gesagt, diese Idee der radikalen Antisemiten, dass man eben die Juden entrechten müsste, hatte 1933 keine Mehrheit in der Bevölkerung. Es war ja auch so, dass die anderen Parteien sozusagen diese Forderung nicht in ihren Programmen stehen hatten. Wenn das so attraktiv gewesen wäre, hätte auch die Deutsche Nationale Volkspartei das in ihr Programm aufgenommen und andere Rechtsparteien ebenso. Das war aber nicht der Fall. Sondern wir haben es hier zu tun mit einer Mehrheitsbevölkerung, die eben nach wie vor diese allgemeine Ablehnung, diese diffusen Vorurteile gegen Juden in sich trägt und daraus keine radikalen politischen Zielsetzungen ableitet. Aber jetzt unter den Bedingungen einer Diktatur und eines allgegenwärtigen staatlich verkündeten Antisemitismus ist es natürlich so, dass es eigentlich sehr schwierig ist, sozusagen noch Unterschiede in der antisemitischen Haltung deutlich zu machen. Also ich stehe dann vor der Frage, bist du ein Judenfreund? Also bist du für uns oder bist du für die anderen? Und in dieser Entscheidungssituation dauert das gar nicht sehr lange, bis eben eine große, eine wahrscheinlich doch Mehrheit in der Bevölkerung zumindest diese Politik hinnimmt. Weil sie auch im Grunde genommen nicht gelernt hat, aus ihrer Familiengeschichte her, aus der Geschichte ihrer sozialen Milieus her, sozusagen einen Widerstand entgegenzusetzen. Sondern im Grunde genommen geht man, stimmt man mit vielen Grundüberzeugungen über Juden überein. Man will vielleicht nicht die gleichen radikalen Konsequenzen daraus ziehen, aber wie will man das in einer solchen, wie will man das unter diesen Bedingungen, wenn die Dynamik erst mal da ist, überhaupt noch deutlich machen? Nach der Vernichtung des NS und der Befreiung ist der Antisemitismus in Deutschland tabuisiert worden. Man hat ihn nicht aufgearbeitet, er verschwand auch nicht, er lebte sozusagen, ich glaube, das schreiben Sie auch in den Familienverbänden fort. Das war nun eine Methode, diese Ideologie ganz besonders auf den Leib zu rücken, die nun gar nicht funktionieren konnte, aber die zumindest dafür sorgte, dass in der Öffentlichkeit der Antisemitismus nicht mehr diese Ausprägung haben konnte, wie das vorher noch der Fall war. Was ist damals schiefgelaufen? Hätte es eine Alternative gegeben für Sie als Historiker, hätte die Staatsführung, die Bundesrepublik Deutschland, hätte man unter Adenauer anders agieren können, als so, wie man agiert hat? Ja, die berühmte Was-wäre-wenn-Frage, die Historiker angeblich nicht stellen dürfen, die sie aber natürlich dauernd stellen, weil sie natürlich, wenn sie mit dem Material arbeiten, sich immer fragen, was wäre denn passiert, wenn man das anders gemacht hätte und sozusagen aus dieser Differenz zwischen dem Modell im Kopf und der Realität sieht man ja auch weitreichende Schlussfolgerungen. Man muss einfach sehen, das gab ja dann Meinungsumfragen, dass wir einen relativ soliden Block von Antisemiten in der Bevölkerung hatten. Immer um die 20 Prozent waren das. Mindestens. Also es gab unterschiedliche Einschätzungen, aber man dachte, es gibt diesen Kern, aber dann gibt es eben dieses weitere Spektrum, was teilweise über 50 Prozent hinausging. und natürlich muss man sich fragen, wenn man jetzt gegensteuert, also die Adenauer-Regierung gegengesteuert hätte, dann hätte das natürlich Konsequenzen gehabt, denn es hätte dazu geführt, dass sich diese Antisemiten organisiert hätten und es hätte vermutlich eine wesentlich stärkere, eine wesentlich stärkere, einen wesentlich stärkeren rechtsradikalen, rechtsextremistischen Faktor in den 50er Jahren gegeben. Und wenn Sie sich mal die Haltung Adenauers ansehen, dann hat er alles vermieden, was danach aussah, als ob er sozusagen hier irgendwie ein großes Problem gesehen hätte. Ein interessanter Vergleich ist etwa auch zwischen ihm und Heuss. Heuss hat das stärker thematisiert, aber Heuss hatte eben eine andere Rolle, der musste nicht politisch in dem Sinne effektiv handeln. Man kann das übrigens, dieses Kleinreden des Antisemitismus, kann man auch bis in die Ära Kohl weiterverfolgen. Es gab in den Anfang der 80er Jahre, als Kohl an der Regierung war, eine Studie, Universität Köln, die also auch nicht überraschend wieder auf diesen Block von Antisemiten hinwies, die ja nach wie vor da waren. Das konnte man bei den Befragungen herausbekommen. Und es gab ja auch rechtsradikale Parteien, es gab Publikationen und so weiter. Ja, und Kohl wurde nun von den Grünen konfrontiert mit dieser Zahl und hat gesagt, das gibt es nicht, das ist in unserem Land, wir haben sowas nicht. Unsere Leute, gerade die jungen Leute, die sind sehr aufgeschlossen und das ist einfach Unsinn. Also er hat das gar nicht, das ist eine typische Reaktion, dass man das einfach nicht wahrnehmen will. Und man muss natürlich sehen, die Geschichte der Bundesrepublik wäre anders verlaufen. Es wäre vermutlich, wäre es eben keine Konsensdemokratie gewesen, sondern man hätte einen massiven, einen soliden, rechtsextremen Block in der Gesellschaft gehabt. Den hätte man dann bekämpfen können. Aber das ist sozusagen, das gehört dann eben zu diesem Alternativmodell dazu. Das Modell Adenauer hat dazu insofern Erfolg gehabt, als dass die rechtsradikalen Parteien, die es noch Anfang der 50er Jahre durchaus mit einer gewissen Stärke in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, sehr schnell unter die dann eingeführte Fünf-Prozent-Hürde gedrückt wurden und in der offiziellen Politik keine Rolle mehr gespielt haben. Der Antisemitismus aber ist geblieben und wenn wir jetzt einen noch längeren Sprung machen, um ungefähr 50 Jahre bis zur heutigen Zeit, dann sehen wir vor allen Dingen in der jüngsten Zeit einen sekundären Antisemitismus, der sich gegen den Staat Israel wendet. Ich habe es zu Beginn kurz erwähnt mit Sprüchen wie Kindermörder Israels oder Ähnlichem, der den Staat Israel in Frage stellt, weil er jüdisch ist. Es gibt verschiedene Bemühungen, Israel zu boykottieren. Man denke nur an diese Initiative BDS und wir haben zugleich derzeit eine Hochzeit von Verschwörungsmythen aller Art im Zuge der Corona-Pandemie und da steht dann halt mal Rothschild hinter dem Virus und die angeblichen Impfgegner pappen sich Judensterne an die Brust und behaupten, sie seien Ungeimpften. Das sei ja, ihre Diskriminierung sei ja durchaus vergleichbar mit der Diskriminierung der Juden und dem Schicksal von Anne Frank. Herr Longerich, wo beginnt da tatsächlich Antisemitismus, wobei ich jetzt keineswegs alles in einen Haufen werfen möchte? Es gibt da sicherlich Differenzierungen. Aber wenn wir mal mit Israel beginnen, das findet, Sie erwähnen das ja auch in Ihrem Buch, wann wird eine Kritik, nein, nicht eine Kritik, wann werden Worte gegen Israel tatsächlich zu Antisemitismus und wann eben nicht? Kann man da eine genaue Differenzierung herstellen? Uns ist allen klar, wenn man den Staat Israel und seine Politik kritisiert, ist das natürlich völlig legitim. Aber ist es auch legitim, ist es nicht antisemitisch, wenn Menschen daherkommen und behaupten, Israel gehört eigentlich abgeschafft? Ja, an dieser Stelle muss man jetzt normalerweise immer erstmal sagen, dass Kritik an Israel legitim ist. Warum eigentlich? Was sagt man eigentlich? Diese Selbstverständlichkeit macht man bei keinem anderen Staat. Ich lasse es auch jetzt nicht aus, aber man muss ja doch einfach mal, ich denke, man kann diese Unterscheidung schon machen, wobei ich mir dann vorbehalten würde, dass es auch eine gewisse Grauzone gibt, die interpretationsfähig ist, also wann die Kritik oder die Feindschaft gegenüber Israel antisemitisch ist und wann nicht. Der entscheidende Punkt ist, doch richtet sich, also ich würde unterscheiden zwischen einer Israel-Kritik, so wie wir auch eine Amerika-Kritik, Frankreich-Kritik, aber das können wir nicht als Wort haben, und einer Feindschaft, einer feindseligen Einstellung gegenüber Israel. Also da gibt es zum Teil Äußerungen über die israelische Politik, die eine ganz jämmerliche Karikatur dessen sind, was da wirklich passiert. Diese Feindseligkeit ist an sich schon mal zu kritisieren, aber sie ist nicht per se antisemitisch. Also so lange sich die Kritik gegen den Staat Israel und seine Institutionen richtet, ist es möglicherweise ärgerlich, auch wenn eine israelische Flagge verbrennt, der beginnt etwas, was ärgerlich ist, aber es ist nicht unbedingt antisemitisch. Aber die Untersuchungen, die ich hier zitiere, deuten darauf hin, dass eine wirklich feindselige Haltung gegenüber Israel häufig sich mit antisemitischen Motiven vermengt. Das ist ganz klar, man kann das bei diesen Umfragen sehen, wer besonders heftig Israel kritisiert, neigt auch dazu, eher antisemitisch zu sein. Das heißt aber jetzt nicht, das heißt, das Schwierige ist jetzt in dem Einzelfall, wenn ich sozusagen hier mit jemandem diskutiere und der kritisiert Israel, sozusagen den Beweis zu führen, das ist Antisemitismus oder nicht. Man kann zum Teil eine gewisse Ähnlichkeit der Argumente sehen, aber den Beweis und daraus den Vorwurf zu formulieren, sie sind Antisemit oder du bist Antisemit, das ist im Einzelfall schwierig, weil natürlich auch die wirklich antisemitischen Israelfeinde natürlich auch gelernt haben, mit dieser Sprache umzugehen und auch zum großen Teil wissen, wie sie formulieren müssen. Also das heißt, es gibt im Prinzip die Unterscheidung, ich würde auch an der Unterscheidung festhalten wollen, zwischen Israel-Feindschaft, auch wenn dieser schon abzulehnen ist, und einer Verbindung oder einer Vermengung von Israel-Feindschaft und Antisemitismus, aber ich sage gleichzeitig auch, dass es eine Zone gibt, eine Grauzone gibt, wo es außerordentlich schwierig ist, diese wirklich präzise zu machen und die Frage ist, wie viel Zeit wir damit verbringen wollen, diese Grauzone weiter auszuleuchten oder ob wir nicht sagen, im Grunde genommen lassen wir das so stehen, wir können im Grunde genommen gegen diese Form nichts unternehmen. Naja, ich meine, wir haben eben über die Tabuisierung des Antisemitismus während der Adenauerzeit gesprochen und viele Antisemiten haben daraus ja gelernt, der Antisemitismus, der verbreitet wird, heutzutage ist ja oft ein getarnter Judenhass, das heißt, man kodiert etwas, dass die Eingeweihten verstehen, dass es nämlich Antisemitismus ist, das aber formal und auch strafrechtlich nicht als judenfeindlich eingeschätzt werden kann und deswegen auch möglichst wenig Konsequenzen den Personen drohen, die diese Sprüche ablassen. Und daher glaube ich, wir müssen uns schon mit diesem Phänomen beschäftigen. Ja, aber es gibt einen engeren Bereich, wo die Diskussionen fruchtlos werden, weil sie können, also das an der Position halte ich fest, weil sie können sozusagen diesen letzten Beweis nicht antreten. Sie müssen natürlich, was sie natürlich machen müssen, sie müssen ein Bewusstsein dafür schaffen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Es gibt diese Floskel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und die wird zum Teil oder wurde zum Teil auch von führenden Journalisten in Deutschland benutzt, in den letzten Jahren noch, um deutlich zu machen, naja, in Israel herrscht eben dieser alttestamentarische Rache-Gedanke vor, die können nicht anders, das müssen sie aus ihrer Geschichte auch tun. Auge um Auge, Zahn um Zahn war mal eine Titelschlagzeile vom Spiegel und ein großes Fernsehnachrichtenmagazin, der Moderator hat mal einen Israel-Beitrag so aufgemacht, der war früher übrigens selbst Israel-Korrespondent. Und jetzt, viele würden wahrscheinlich diesen Satz unterschreiben und würden sagen, ja, das ist eben, die haben ein anderes Verständnis, Israel ist aufgrund ihrer Geschichte von Rache, aber der Satz meint etwas ganz anderes, er wird auch heute zumindest in dem theologischen Seminar nicht in diesem Sinne gelehrt, als Rache-Motiv, sondern Auge um Auge, Zahn um Zahn ist ein Begriff aus der antiken Debatte zwischen Rechtsgelehrten und meint, dass wenn jemand einem anderen einen Schaden zufügt, dass er dann berechtigt ist, in einer entsprechenden Höhe entschädigt zu werden. Also wenn ich jemandem ein Auge ausschlage, dann muss ich ihm sozusagen den Gegenwert dieses Auges, was immer das ist, ersetzen. Aber was ich nicht darf, ist, ich darf Rache üben und muss ebenfalls vielleicht beide Augen ausstechen. Also das heißt, das ist ein Versuch, wenn man das mal in dem historischen Kontext sieht, tatsächlich diese Konflikte einzudämmen und das Racheprinzip eben abzuschaffen. Und wer das nicht weiß und diesen Slogan immer noch benutzt, der bedient antisemitische Vorurteile, der weiß das vielleicht gar nicht, denn er verbreitet diese Idee, dass die Juden eben dieses starke Rachebedürfnis haben. Das wäre so ein Beispiel, wo man sozusagen mal aufklärend und steuend in diesen Diskurs eingreifen müsste und das ist auch geschehen schon. Eine andere Geschichte, die ich kurz noch einbringen möchte, um mal die Virulenz dieses ganzen Problems aufzuzeigen. Wenn Sie ein Statement vorlegen bei einer Meinungsbefragung, das etwa heißt, wenn ich mir die Politik des Staates Israels gegenüber den Palästinänner ansehe, kann ich verstehen, dass man etwas gegen Juden hat. Dann erreichen Sie, also das ist nun ganz klar bei diesem Statement, das ist der Lackmustest, hier wird die Grenze überschritten, hier wird einfach die Kritik an Israel auf alle Juden aus, oder auf falsche Sichtweise auf Israel, auf alle Juden auf der Welt ausgelehnt. Und das heißt, derjenige, der den Satz unterschreibt, der hat, der trägt in sich gewisse antisemitische Vorurteile. Diesen Satz können Sie bei Meinungsumfragen, können Sie Zustimmungswerte von über 40% erzielen, mühelos. Und das ist auch relativ unabhängig von, ob nun im Nahen Osten gerade Krisen sind und ob dort Kriege herrschen oder kriegerische Auseinandersetzungen, das ist ein fester Grundbestand, der bei diesen Befragungen immer wieder erhoben wird. Das heißt, ein erheblicher Teil der Bevölkerung hier macht diese Unterscheidung zwischen Israel und den Juden nicht, sondern vermischt eben diese Dinge. Und das scheint mir, das scheint mir der, warum machen sie das jetzt? Das ist die entscheidende Frage. Sie machen das, das geben solche sozialwissenschaftlichen Forschungen auch, im Grunde genommen, weil sie durch die bloße Existenz von Juden oder eines jüdischen Staates sozusagen ihr eigenes nationales Identitätsgefühl bedroht sehen. Sie möchten gerne, ich habe das bei Diskussionen mit Studenten, deutschen Studenten, auch bei längerer Diskussionen, kann man im Grunde genommen diese Dinge relativ schnell rausfragen aus denen. Sie möchten gerne ein unbefangenes nationales Identitätsgefühl haben, sie möchten sagen können, ich bin stolz Deutscher zu sein, so wie der Amerikaner sagt, I'm proud to be American. Und sie möchten gerne auf die guten Dinge in ihrer Geschichte schauen, auf die großen Leistungen, die erbracht worden sind. Nun liegt aber, dieser Nazi-Block liegt da quer, da kann man nicht dran vorbei und er ist eben verbunden mit dieser Erinnerung an dieses Jahrhundertverbrechen und das ist unangenehm, das möchte man nicht und wird also jeder sozusagen, jeder Versuch an dieses Verbrechen zu erinnern, wird sozusagen als Angriff wahrgenommen und Juden irgendwie per se und der jüdische Staat sozusagen stören, wenn man dieses Idealbild herstellen will. Und deswegen kann man auch erleben, wie dann solche jüngere Menschen dann ins Ausland fahren, sie warten im Grunde genommen drauf, dass sie angesprochen werden, dass sie als Nachfahre von Nazis angesprochen werden, um dann sozusagen zum Gegenangriff überzugehen. Also das heißt, hier sind ganz komplexe sozusagen sozialpsychologische Mechanismen im Spiel und es führt mich eben dann am Ende unserer Debatte doch zu dem Punkt, dass ich sage, ja, diese Verbindung von nicht geglücktem nationalen Identitätsgefühl und der Abwehr von Juden ist eben bis auf den heutigen Tag, die Verbindung lässt sich bis auf den heutigen Tag eben im großen Umfang feststellen und jeder Versuch, den Antisemitismus wirklich nachhaltig zu bekämpfen, der diese Verbindung nicht sieht und nicht sieht, dass man im Grunde genommen, wenn man über Antisemitismus redet, nicht so sehr über Juden redet oder über das Verhältnis von Juden und Nichtjuden, sondern dass wir über uns reden müssen, über unsere eigene Einstellung und sozusagen, was transportieren wir in unserem Identitätsgefühl, unserem deutschen Identitätsgefühl an Vorurteilen gegenüber anderen mit und das wäre die entscheidende Frage und die Frage ist aber so groß, dass ich dann auch weiß, dass diese Diskussion nicht einfach in Gang zu bringen wird. Das ist eine Frage über sozusagen die Grundlagen unserer nationalen Existenz und das ist ein weites Feld. Und das ist eine Frage, an die sich viele, auch viele Politiker sicherlich nicht so leicht trauen werden, fürchte ich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.